An meinem ersten Tag hier schlug er mich, weil ich Knochen, die vom Abendessen übrig waren, weggeworfen hatte. Er kam um Mitternacht runter in den Keller und er fragte, wo sie sind. Für seine Hunde. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, heute könnte ich es nicht, ich habe ihn gefragt, warum schlagen sie mich? Er sagte, der Grund, warum ich dich schlage, ist, dass du mich gefragt hast, warum ich dich schlage. Ich habe mich damit abgefunden. Eines Tages wird er mich erschießen. Ich weiß es. Am Montag waren wir oben auf dem Dach. Der kleine Lisek und ich und wir sahen, wie der Rehrkommandant aus der Haustür kam. Und wie er die Stufen von dem Vorplatz runterging. Er war direkt vor uns. Und mitten auf der Treppe zog er seine Pistole. Und er schoss eine Frau, die gerade vorbeikam. Eine Frau, die ein Bündel trug. Er schoss ihr ins Ginnig. Einfach, einfach so. Eine Frau, die nur unterwegs war. Verstehen Sie, sie war weder dicker noch dünner noch langsamer oder schneller als sonst jemand. Und ich konnte nicht erkennen, was sie getan hatte. An meinem ersten Tag hier. Am ersten Tag. On the first day. Am ersten Tag. Schlug er mich, weil ich Knochen, die vom Abendessen übrig waren, weggeworfen hatte. Wegwerfen. Trash. Wegwerfen. Er kam um Mitternacht runter in den Keller und er... Runterkommen. Come down. Runterkommen. Und er fragte, wo sie sind. Fragen. Ask. Fragen. Ich habe dann zu ihm gesagt... Sagen. Say. Sagen. Ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe. Heute könnte ich es nicht. Ich habe ihn gefragt. Fragen. Warum schlagen Sie mich? Schlagen. Beat. Schlagen. Er sagte der Grund, warum ich dich schlage. Grund. 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 Ist, dass du mich gefragt hast, warum ich dich schlage. Fragen. Ask. Fragen. Ich habe mich damit abgefunden. Sich abfinden mit. To face up to something. Sich abfinden mit. Eines Tages wird er mich erschießen. Erschießen. Schütt. Erschießen. Ich weiß es. Am Montag waren wir oben auf dem Dach. Der kleine Lisek und ich und wir sahen... Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach. Wie der Herr Kommandant aus der Haustür kam. Haustür. A front door. Haustür. Und wie er die Stufen von dem Vorplatz runterging. Er war direkt vor uns. Vorplatz. Courtyard. Vorplatz. Und mitten auf der Treppe zog er seine Pistole. Ziehen. Zog. Hat gezogen. Draw. Ziehen. Zog. Hat gezogen. Und er schoss eine Frau, die gerade vorbeikam. Eine Frau, die ein Bündel trug. Bündel. Bansch. Bündel. Er schoss ihr ins Genick einfach, einfach so. Eine Frau, die nur unterwegs war, verstehen Sie, sie war weder... In's Genick. In the neck. In's Genick. Dicker, noch dünner, noch langsamer, oder schneller als sonst jemand und ich konnte nicht erkennen, was... Erkennen. Realize. Erkennen. Sie getan hatte. Erkennen. 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 Erkennen.